Goraksha-Bandha, auch genannt Goraksha-Bandhasana, ist der Verschluss des Goraksha und damit eine andere Bezeichnung für Badrasana, der Schmetterling. Raffaela zeigt, wie es geht. Sitze auf dem Boden, gib die Fußsohlen zusammen und fasse mit den Händen um die Füße. Versuche dabei, die Fersen so nah wie möglich zu dir hinzuziehen und die Knie nach unten zu bringen. Das ist Goraksha-Bandha, der Verschluss des Goraksha.